Komponenten Hört ihr das Knistern? Ja, was ihr nicht wahrnehmen könnt, das ist der Geruch, den so ein Harley-Motor verströmt nach dem Lauf. Das ist ein ganz eigener Geruch. Fantastisch. Das Knacken und dann der Schrumpflack oder was auch immer diesen Geruch absondert. Neu war es noch extremer. Kleinen Ausrück gemacht, war klasse. Und jetzt hört man auf das Knacken von dem amerikanischen Eisen. Einzigartig. Spannende Dote Wischen Ist